an die Kölzer zu Nordstor ist am Ende auf eine Mission geschickt und plötzlich war man wüsten Dinger das war die Gäge wie vorher Euro aus der Prässe im Städtchen im Auf sicher abwarten er hat jetzt mal so sind die Zugmission in die Zugmission die Gäge vorher ja neils mit mir ist mit der Vorfahrung überauf aufwärtsen und der Sturlus Dornor Snipern im Dorf der vor allem was er stimmt Da kann ich so was haben... Maschinengewehr... Plastnergewehr 2 Hahaha... Hahaha... Geh! Da wurde grad angekriegt! Uuuuuh! Nur auf der einen Seite oder kommt von anderen Seiten auch was? Andere Seite kommt auch raus! Uuuuua... Das braucht noch... Da muss was... Du kommst da wie einer von Star Wars... Bing, Bing, Bing! Geh! Da stirbt nicht da! Du musst da leider Druck zu halten für ein Plastnergewehr oder wie? Ich weiß einmal... Ich glaub's dann, ob's dann aufstammt kannst... Ja! Du kannst dann eine Giestreuerbündel... Ich glaub's auch nicht so... 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 Du bist doch da auch... Das ist ja wichtiger Punkt... Ja... Oder... Du... Ja... So lange's tauchen wir sie... So lange's was triffst... Das ist mir... Wurschen... Wilsch damit ja... ...na... Ich muss mir andere rein... Noch ein Riesenerhe! Spähter Komfetti! Schrott! Bis du in deinل guck... Konfetti! Oh du normaler Schuss ist ja schon stark! Boom! Auch ganz früh auflaufen! So richtig! So, tun wir bei Headshot zacken! Okay! Bam! Kaboom heißt das! Bam! Kaboom! Sane Soldiers Gut, ich brauche nicht mehr zurück. Warum kann ich nicht mehr schießen? Warum kann ich nicht mehr schießen? Wahrscheinlich kann ich nicht mehr thermalenergie mehr. Oh du schießt thermalenergie? Ja! Ja! Sagst du mir das jetzt? Wie scheiße Waffen! Später, später kriegst du eine Erbfähigkeit wo du thermalenergie sparen tust. Also, das verringert da die Dings halt. Was? 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 Du hast du nicht mehr schießen, aber... Was? Was? Oh du ... die passen kann sowieso scheisse kriegst du eh noch bessere ja also die gängst jetzt zu normalen standarddings meine ich wow der wird noch besser aber die nächsten noch die upgrades die werden besser erwischt 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 komm her da komm her komm her komm her PANG erwischt komm her 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 pf auf dem das war es mhm k scheiß Plasma-Werge, mein Arsch so wer auslöscht dann ja, jetzt hab ich gefahr, dass das eine gute Waffe ist, was ist das die klasse scheiß Waffe, die ich gehabt hab da blub sag ich noch blub dazu, mehr nicht Upsiland, huh sag doch, dass das Quicktime-Event ist ich komm dir halt Spoiler an K 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 Ah, so ist der Fall. Yeah, oh yeah. First one is activated. Awesome, you piss. Was waren das, oder? Was waren das? Hm, keine Ahnung, ich bin auf einer anderen Seite. Das war's. Das war's. Ich bin genau neben dir gewesen. Auf einmal flieg ich runter. Das war's. Auf! Auf! Nein! ARD Text im Auftrag von Funk Geh, so schein war es, voll Statistik her. Was der, schwein efeel Schessler es, voll Statistik her, voll Statistik her, voll Statistik, voll Statistik. Man, ich war so gut unterwegs. Was ist denn schon, wenn du eine Scheiße explodiert und da fliegst du wieder runter? Warte, das ist eine F***-Mission. Ja, der hat sich. Das ist ein F***-Scheiß. Ich kann nicht mal sehen, was gescheit was. Schau, ich bin schon wieder eingefallen. Was explodiert die ganze Scheiße da, bitte? Oh, mein Gott. Schießt da einen mit einem Raketenwerfer oder was ist das? Irgendwo, ja. Wo ist das ein Raketenwerfer? Ich muss da noch auf die Sniper auffassen. Die Sniper ist einmal kein Problem. Der leck mich doch. Zum vierten Mal jetzt. Irgendwo auf einmal explodiert ist, während der herumlaufen und bin weg. Wo ist das? Ich bin bei der dritten Station. Äh, ja, und wir haben viel vor den Kampf gemacht, so. Ich sag ja hier nicht. Und tot. Oh, das war ein Headshot. Front of 2 in under 5 Minuten. Und wieder explodiert was. Und was ist das? Bist du, Tepp, das war jetzt ein Gell. Ah, die Kanone ist das denn eh, maa, die riesige? Oh, das war ein kleiner Headshot, wie ich das gemacht habe. Bist du... Ich fühl so, das ist so ein Slumotion-mäßig. Das war die riesige Kanone vom Nachbarzug die ganze Zeit. Oh, weißt. So, er legt das. Viel Scheiß. So. Jetzt müssen wir gegen einen riesen Akkreten von Anfang kämpfen. So, das schaut jetzt folgendermaßen aus. Die Kanone muss... ...geladen, gekühlt und geschossen werden. Ah. Das heißt, du bleibst unten, du hast Kühlen, ich du nachladen und draufplätzen. Wie tue ich kühlen? Ganz einfach. So, warte. Komm her. Wow, nicht. Scheiße. Nein, da komm ich nicht her. Fuck. Kobalt, gut. Und wo da ist Kobalt hin? Hä? Da? Wo bist du, geh her? Weiß ich nicht, da bist du. Ich bin immer am Anfang. Da, geh her. So, da geh rein, durch die Tür. Geh durch die Tür. Geh durch die Tür. Oder Sklafen auch, oder? So. So, und da tust du Kühlen. Das ist ein Date oder... ...und da, wenn du zum Rauch auffangst. Das merkst du... Das merkst du, wenn die blaue Linie zurückgeht. So, wie hier. Kühlen. Einfach nur... Einfach nur hingehen und kühlen. Betrug. Genau. Ich hab dir Lohn angeschossen, du bleibst nicht herunten. Mit den NPCs ist die Mission einfach nur ein Horror. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Einer sein. So, da sind wir mehrere von den Dingen, oder was? Nur einer. Nur einer ist das. Zwei sind sie. Eine ist. Einer ist gegenüber einer. Alles wurscht, welches von beiden, Bruder. Ach so, beide meins. Ach so, ja das is wurscht. Ich muss da mal eh verbringen oder die Zeit nicht. Ich muss da mal richtigen. Ja, der blaue Strich ist eh noch. Ja, wann muss ich dann hin, wenn das fertig ist? Nein, du machst, du tust dann das. Ja, ich check schon, aber was sind die anderen Sachen da rechts neben? Das ist verurscht, das sollte dich nicht so interessieren. Einfach da die beiden. Genau, ich muss mir mal einen Vorrat an... Man kann da auch eine Munition schaffen. So, ich fahr da mal jetzt an, schaffen wir. Irgendwie wird das Gelbe in der Mitte weniger. Nein, nein. Gibt's nix, gibt's noch nicht. Was war das? Ein Schlag. Und die Kült. Dann fahren sie die Eisbahn-Kanone ab. Wunderbar. Das ist ein Träger, der Kanone. Der Kanone lässt sich so träger steuern. Langweilig. Pfff. Hahaha. Uuuh, nein. Hahaha. Ahja, was ist der Schatz fähig. Das ist ein Schiff, wie ich da ist. Der Kanal ist so schwer! Wie lange dauert das noch? Der Kanal lässt sich so langsam dran! Da habe ich eh Lust damit, dass das beschleunigt wird! Außer, dass ich heute krepier! Du krepierst es noch! Wohl meine Thermalanergie immer weniger wird! Da ist eh ein Ding zum aufladen! Wo ist ein Ding? Was für ein Ding? Nein! Oh, das Wasser glüht! Du kannst hier auflaufen! Wie geht das auflaufen? Einfach nur ein Steine bleiben! Ah, ein Steine bleiben! Oh, das Geschütz ist so... Zach! Mann, der MPC ist mir nicht, ich kann nichts tun! Der Empatiz ist auch Unable to enter, hm? Unable to enter, hm? Unable to enter, hm? Boah, jetzt kann ich das Geschütze benutzen, warum auf immer? Das ist so stark! Was soll ich sagen? Ich weiß gar nicht, was ich tun soll eigentlich. Nein, du sollst nur Köln, hab ich gesagt. Ja, aber was ich in der Mission tun soll. Nur Köln, den Rest mach ich ja, aber nur bis ich... Ja, aber generell die Mission zu kommen. Das passt ja! Aber was soll ich nix rechts rein und weh drücken? Ach Gott, ich... das Geschütz lässt sich... Du, ah, schierst... So, hab ich auch betroffen jetzt. Ah, Mann! Naja, das Geschütz ist so langsam und zack! Ach du Scheiße! Das ist so zack, ja, also was glaubst du noch? Geht nix weiter. Das soll nie so. Das lässt sich so langsam bewegen. Muss ich überhaupt so verkühlen überhaupt? Nein, nur wenn der blaue Strich zurückgeht. Na meine, ja, da kann ich jetzt isch was anderes, das tut dann kein Erfeuer. Ja, aber Arme schießt halt jetzt Hüfte, oder was? Darum geht's! Und die kann ja da Hüften beim Upfeiern? Gar nicht. Oh! Und wenn's glaubst du Schoffs rechtzeitig kurz mit Munition aufzubringen? Wohin? Aufwärts zu mir! Nehmts Geschütz! Puh! Wie willst du alles aufwärts? Das ist ne gute Frage. Kann ich kühlen nochmal rein? Schauen wir mal rum. Ist eh 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 viel gekühlt jetzt. Weil ich muss nachlohnen. Muss ich auch, weil die... Weil die KI so viel zum Scheißen. So, dann bringt der Cobalt. Wo muss ich denn hier fahren? Zurück? Na, rauf. Weil der Riesler vor der Kanone schaut. Ah, da bist du ja. So, ich kann da was geben? Nein, du willst es hinterlegen. Zum Lona. Du willst die anderen legen. Einfach hinlegen, oder wieder hin? Ja, ja, einfach zu dir auch hinlegen. Wie du den legen? Einfach noch hinlegen. Wie du ihn legen? Y. Fast. Ich bin wieder am Kühlen. Wo immer das ist. Einen. Das ist ein Stück weg. Weil es einem immer nichts. Das ist ja ganz weg. Oh ja, ein bissel Rot ist eh schon weg. Nein, vom Blauen meine ich. Ja! Das ist das kühlteste. Das ist ja nicht der Rot ist um. Ja! Du geht ja nichts. Das ist viel viel nichts. Nur wenn er uns da nicht stört. Schau, das hat's nicht erwischt. Geht so langsam was weiter, bis es zu deppert. Ja, haben wir schon Spannenduierer Missionen gehabt. Es ist mehr eine Mission zum Koordinieren, weißt du? Der einer tut base, der andere tut base. Wir haben eine Long-Walt, nicht mehr zu tun. Oh Gott, dass der Kanone gerade rauskommt, wie ist das? Ja, ich geh mal kühlen. Wo war kühlen? Hinten? Vorne? Unten. Unten. Wo ist es ein Devil or? Boah. Ich hab keine Ahnung. Das ist der Scherz aufs anderes Set, ne? Ich brein! Und? Wow, dort dringend geht's um! Oh Gott! Oh Gott! Und da war was! Und PANG! Volltreffer! Oh Gott! Das ist so! Nein, Lona! Ich denke, das ist so zu scheissen! Ja, scheissen! Ich denke, das ist so zu scheissen! Ich bin der Noggle, Kovar! Jetzt kann ich oben schwenken! Jetzt kann ich oben schwenken! Jetzt kann ich auch noch eine Ecke! Was müssen wir da drücken? Geschossaufladen drüber, gell? Ja, ja! Das ist das Zache! Das ist das Zache! Erwischt! Auflagen ist nicht möglich! Was musst du sonst tun? Die Dings haben wir einlegen! Du musst die Dings einlegen! Wie geht das einlegen? Einfach nur einlegen! Auf und einlegen! Und dann aufladen! Ach so! Lona! Lona! Nein, warte! Ich bin unten wieder! Ich bin der Kühle! Ich glaube, du magst das! Ja, ich muss es Kühlen! Dann bleib ich weg! Ich bin der Kühle! Ich bin der Kühle! Wir brauchen eine Muni! Wir brauchen eine Munition! Ich bin der Kühle! Oh! Ich bin der Kühle! Dann habe ich mit dem Kühle! Das ist das... Was meinst du das? Ja, statt Kobalt habe ich mit dem Kühle! Ich bin der Kühle! Das ist die Kühle! Ich bin der Kühle! Ich bin der Kühle! Ich bin der Kühle! Die Kühle! Tja... So... Ich hab auf 9. Passt... In meine�icht zu einem Thermalenergie. Jetzt schießt du. Ich kann aber was geben.... Ich fühle esonomisch. Ja, du schnell... Ähhhhh... Ipsalooon... natürlicheooo... ...hups... Fragst du mehr? Passt... Ich bin wieder kühlen... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Aufland ist nicht möglich, du was. Ich kann nicht mehr noch Loner. Oh mein. Oh, er... Oh, er... So. Wird geladen. Oh, er... So, wie triffst du ihn nie, oder was? Nein, bis ich mit dem Kanon Draht hab, ist das Vieh schon wieder weg. Da, huck dir eine, da siehst du, was ich meine. Huck dir eine! Ja, ja? Huck dir eine, da weißt du, was ich rede. Huck dir eine! Dann musst du mal springen gehen zwischen. Ja, ja. So, das jetzt mal gut. Und kannst du mal feuern, oder was? Kannst du mal nur. Wo ist das Vieh? Rechts, links? Ah, ich bin jetzt unten. Ich meine, das Vieh. Das Vieh. Wo muss ich da hin schießen? Auf die, auf die, äh... Lava. Oh, schon. Bäh! Das ist lustig schwer dran, geh? Ich hab's schon mal getroffen. Ja, passt. Oh, die kann noch mal. Die geht auch noch. Oh, komm schon. Schuhe! Äh, ich hab keinen Moni! Ja, ich muss mir schauen... Ach, du lässt noch? Ach, Mensch! Du hast noch... Ich muss schauen, dass die Thermale nicht viel kriegt. Auf geht's. Oh, der ist schon schwerfällig, hm? Es geht. Kritisch! Blödsinniges Viech auf der eingegengesetzten Richtung ist, bis der junge Draht haust. Ja, wo kommt es jetzt links wahrscheinlich, oder? Ah, rechts, links, ja. Ja, ich fahr mal nach links. Ah, da ist es, oder? Ja, hinter mir. Siehst du nichts, aber ich fahr mal nach links. Was du da mit dem Draht haust? Ja, da ist es! Ah, voll schrecklich, du fuck! Sag links oder rechts, wenn du es siehst. Ich geh jetzt zu Köln. Ich geh jetzt zu Köln. Ja, was, ich hab's von mir. Volltreffer! Das ist Teamwork! So, ein gut gekülltes Halbgegessen, oder wie? Scheiße, das müssen wir laden. Ich komm schon. Scheiße, laden, laden, schnell, ich hab's gemacht, haben wir! Tucken, tucken, ein rechten Stick! BAM! Ich hab's denn schon platziert! Ich hab's noch nicht platziert! Ich hab's noch hygienisch benutzt! Ich hab's noch nicht platziert! Ja, ja, aber die Muni ist nicht platziert! Komm schon, BAM! Ich hab's geredet. Schöner ist genau ein riesen Loch von mir, riesen Loch! Ein riesen Loch! Lord! Lade! Lade! Ja, du musst noch nicht weg. Jetzt! Warte. Jetzt muss der Kinn noch. Lade! Ach, scheiße! Du bist zu laut? Ja, ja. Du bist zu laut? Naja, da kommt runter. Gut, das war's wieder, Moni, hm? Nein, ich bin nicht genug. Lade auch, schau, ob's geht. Ja, geht. S. Achtung, kein Spam. Häh-häh-häh-häh-häh-häh-häh! Ja, ob es zu vorne, Marble! Ah ja, ja! Links, links! Ja, ich hab... Links! Ich hab da oben, das Loch, du? Ja, ich hab nicht so schissen! Da! So, ich geh mal kül. Du hast du, Flapau! So ein bisschen mit Thermo auffüllen Mooney hast du? Ja, da war ich schon noch Schau mir auf dich Huck dich rein Übernimm dich in vorne Der war für nix Oh, was macht der da links? Laden! 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 Kostler Ja, ist direkt vorne So, jetzt, du Ja, da ist nix mehr Bisschen links, rechts So, komm her Fangen an den Wundpunkt So, links und rechts So, links und rechts So, links und rechts Ah, vor dir Links, 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 links Was? Waaaaaah Das war schon ein bisschen sauer Äh, gehst du kühlen? Ja Was? Ja Was? 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 Gibt er uns, oder Gibt es ja nicht Gibt es ja nicht So, aufall geküllt Mone ist da das aussieht das der entscheidende schlag das land 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 Nein! Schmerz! Sieht auch von mir! Boah! Knochen, aber... Sieht schon gut drin! Laden! 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 Jaaa! Ohne Moment, da braucht er vor Ort. Oha, das finde ich gut. Nein, ehrlich. Ein bisschen nachgeladen, ein bisschen nachgeladen. Konstant! Durch! Ich ziehe zu viel schneller wieder! Du noch eintreffen! Wunderbar! Sechster links! Sechster links! Hinter uns! Genau, hinter uns? Ja! Super! Du, in zweiter Gerlade! Geht das? Oh, die Nummer hinterher! Geht das? Geht's schon! Fuck, das mach ich denn da! Ohhhh! Ohhhh! Riesen 10, ey! Riesen 10, ey! Das war der der Haustier, ne? Cool! BAM! Ahhhh! Bullseye! Gumm! Kohle! Die Nummer! Ohhhh! Ich geh da rein! Ach, das war jetzt... lang! Voll zu lange! 42 Minuten! Nein, Alter! Jetzt kannst du Schnulldurchlaufen machen, gleich! Sorry! Uuuup! Brrrrr! Brrp! Aaaaah! So, mein Bär ist immer noch rein! Und wo ist denn... Wo ist denn mein Stimme? Du hast nicht immer meiner Stimme! Bäh! Ich bin auch noch Grün, so... Wie ist das für ein Wissen-Titte? Das ist der Pink Cross! Oh, das scheiße B****, den Pink-Num-Cum! Schwerst dich auf hier! Auch wenn du das nicht im Auto schreitst! diamondsackt durch die Schreit, dass ich dich von dir schreitst! Ich bin so gut, dass ich dich von dir schreitst! Ich bin so gut, dass ich uns den B****t aus dir schreitst! Ich bin so gut ich schreitst! Ich bin so gut! Die Schreitath! Ich bin so super! Woah, Mission complete! Nein, endlich! Verbleibende Zeit, 30 Sekunden, wunderbar! Oh! Oh! Wenigstens das! Ah, bei der Schöpfung... ... bei der Schöpfung wird 20... ... 26... ... 26... ... 25! ... 28! ... 20! ... Kontinuieren! Episode abgeschlossen! Bei mir steht Episode CLEARED! Ja, super! Ach so... ... jetzt bin ich wieder der du? Hm... Scheiss... ... ... Was macht du hier? We're waren li ... ... was ist der Status? Blas minister�� In den letzten 2 Jahren gibt es ein Fischkopf. Wie der Ape in Hellboy. Ja, ich finde das auch nicht so schlimm wie ich das vorher mit den komischen Wespen hinter. Das ist das mit der Ape in Hellboy. Echt voll. Das ist die Zeit, das wir haben. Wir müssen weitergehen, als wir sprechen. Wir müssen mit dem Team zu beantworten, als wir sprechen. Wir müssen mit dem Team zu beantworten. Wir müssen mit dem Team zu beantworten. Wir müssen weitergehen, dass wir nicht so viel zu tun haben. Jetzt sind wir beide eigentlich Ikone, oder? Mhm. Warum die unterschiedliche Stimmen? Weil jeder eigentlich die Duelle ist, so. Ja, 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 hm? Der eine ragt, der andere nicht, oder was? Genau. Der eine ist voll auf top. Und die Zugszehne hat früher einen Suckerpunch erinnert, gell? Ob das habe ich mir nicht gesehen. Ich meine nicht. Ich würde keine Ahnung schon mit mir. Warum nicht? Ich habe auch so gut gesehen und blöd, 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 blöd. Naja, wo's? Ich weiß gar nicht, wie ich sitzen soll. So wie ich liegen. Ja, ich bin. Gehen! 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 Ich bin auf einem japanischen Tisch. Na, sauber! Ich muss am Boden sitzen mit der Brüste. Aber meine guckt auf der Couch, äh klar. Du kriegst eine Seißel von mir als Geburtstag. Ich habe mir eine Sitzkarnitur. Ich habe mir eine Sitzkarnitur. Ich habe mir eine Sitzkarnitur. Ja, aber wo bist du? Der größte Teil der Sitzkarnitur ist für die Plüsch. Ist voll. Wo müssen wir hin? Rechts, links. Kommt raus. jetzt auf uns zu fahren. Also rauf! Hää! Geh, Alter, was war denn das für ein scheiß Bug? Die steht vorher, aber der haut daneben. Er haut immer nach rechts, wenn du nach vorne schaust. Ich glaube, es hockt. Ich glaube, es war so. 4 krebs nur genau dort aber bis dort klaus sie wieder als seit nämlich gestartet Was tust du denn so blöd? Äh... So, stimmt, du weißt, ich bin von Anfang an bei mir. Ja, ich war froh. So, nach oben oder wo müssen wir hin? Da oben! Nach unten? Ja, da oben! Fliegen wir? Ja, ich bin oben. Alles, was ist mit dem Motorrad? Was wird's mit dem Motorrad? Ja, die ist mit dem Motorrad. Da kam unter dir Interaktoren. Ja, es ist mit dem Motorrad. Ich mach' einen Ping-Bong mit einer Granate! Granate-Pink-Bong? Ja, das hab' ich's geil ausgeschaut! Zwei Mal geh' in die Wandruppe vorbei und dann... ...futterisch! Wofür... Schlitz! Was'n da ëschen willicher? Soi ein, das is eh meinst! Ja ... Saure DÖ-L programmers! Blub! Cheatet damit seine Waffen und man nennt! Weweweweaa ... Weweweaa ... Da da mal is die Hacksatai abschwer'n ... Wovorhin? Oh, Vorschlächtung da weißtń ma mal! Du bist alle zusammen? Gut. Mach dein Erschafer hinter der Welle. Du bist alle zusammen? Du bist alle zusammen? Ja! So, make your escape here at the lowest level of the building. Gelek! Ich check die Waffen-Nut. Ich check die Waffen-Nut. Ich check die Waffen-Nut. Ich hab die Waffen-Nut. Die rein Cap-Man. Dann gehen wir, Leute! Da nein, da nein. Isto ein Waffen-Nut. Dude, da ist es weg! biraz mit dieser Waffen-Nut. Sieht doch dort. Das dreigt es nach Kabinen. Wel? Gott! Gott! Schlitz! Schlitz! Das war's. Ich weiß nicht, dass du nichts zu tun hast. Ich weiß nicht, dass du nichts zu tun hast. Was ist das? Was machen wir ein? Ja. Ich hab den Bolt gemerkt! Ich hab den Bolt gemerkt. Ich hab den Knicks. Oh ja, ich hab den Bolt gemerkt. Oh ja, ich hab den Bolt gemerkt! Oh ja, okay! Man schläft es jetzt alles! Ich hab den上面 gehört. Ich hab den Ölnisch! Ich hab den Zeit weggefahren! Superherst! Hey, bis auf grabiert! Scheiß! Hä? Fritzl müssen sie und gehen sie in den Keller. Das war gewann. Woh, die Kappe der Fähne hat euch fliegen, oder? Nein. Nöt? Nop. Oh, du kannst dich von der Seite kommen, ich kann dich von der anderen Seite. Boah, aber mir geht's fleischig zu. Ach, Regenmassaker. Da geht's zu wie bei einem Alien beim zweiten Teil. Das ist ein Killstreicher. Guck mal! Oh, ja! Geh du Saubäder, du Bläder. Hast du mir mal weggeschaut? Spannendorf wobei ich war auch immer auf der anderen Seite Blubblub Das ist ein Fleisch wie angereinander Da kriegt man ziemlich viel Hunger Schmeißt du ihn wieder runter wieder? Warum? Nein. Fuck, ich bin genau wieder runter. Da vorne ist Lana Wie ist das? Das war's für heute! Ich hab mich eingetrieben und hab mich fressen. Ich hab mich eingetrieben und hab mich eingetrieben. Ich hab mich eingetrieben. Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Und auch jetzt Fuck, brother Die ZDF, 2020 Ich glaube, es hockt Ah, ich verfeckt einmal wieder Wiesn Scheiß geschützt und er ... Warte, einer will schreck! Jetzt hör' ich mal zu einem Punkt, das doch nicht! Super! Oh, leck mich doch! Er ist auch immer da! Oh, leck mich doch! Voilà! Voila! Rektor! Genni! Ach, scheiße! So, ne zweiter Ove! Und der dritte Saitler! Hinsons! Juhuuu! Bin ich gut! Eigentlich ist Feuer auf mich, kein Ktober, ist ja wurscht! NEEE! Das zählt, ne! Du bist keine Ahnung von dir geboren! Bist du Tepperd Ruh! Was ist denn schon? Was ist das? Was zum Tyfer What the hell? What the reason, fuck? Fuck. 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 Noice. I'm sorry. Mission complete. mit er ist aber besser der Torwart aber was er ist so länger aus der Klinik aber auch Tumor wo man kann na woher ein Monopauser wird und er so und stoppt die Schöne so zu Nordstor ist am und auf eine Mission geschickt und plötzlich war nur Wiestendinger das war die gleiche wie vorher Euro aus der Pressung im Stil ich nicht mehr auf ab wann er hat mir jetzt nahezogen durch die Zugmission die Zugmission die Geiger vor neil ist mit mir so der Vorfall in Lüro auf aufwärtsen sowas ja so dass du wirst dort auch es bleibt von ihm da der freundlich sind der kristig sein von soßen und da schienlige das so geht es weiter da die Edebüro nur auf der Anseite und Frau Sattmauers und das war das braucht noch die Bekunft der Werner Fussbauers bestätigte Dorn das und muss nur durchschuldigen was sie gewöhnen so ist auch so auf Standort Kostanergie Störbündel ich glaube es auch nicht so so ist das das ist das sie sie sind doch so als erbungen zum Meer erster aus dem unsus tritt es ist nur mit einer die muss man auch noch ein paar noch ein bisschen später komplett die Schaut, bist du in der Sack holt Konfetti Oh, der normale Schuss ist ja auch schon stark BAM Auch ganz viel aufflogen So, erwischt So, tun wir bei Headshot zackeln BAM BAM Kaboom heißt das BAM Kaboom Sane Soldiers Gut, Spocker So wird kein Muni mehr Ich kann nicht mehr schießen, ich kann nicht mehr schießen Ich kann nicht mehr schießen, ich kann nicht mehr schießen Oh, du schießt Thermalenergie Ja Was sagst du mir das jetzt? Du scheißte Waffen Später kriegst du eine Fähigkeit Wo du Thermalenergie sparen tust Also Das verringert da die Dinge so BAM 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 Kentucky Fahir Du Du Bo PREPie W Weg Weg Ah, da sind's. Aha, Durrenrauchtuch schießen. Aha, der hat's nicht lang gemacht. Ha, erwischt. Das nennt man Killing Spree. Dazu hört's mehr UT-Erfahrung aus. Ja, da sind's nicht langweilig. Eigentlich finde ich, die Wadner, die passen kann so so scheiße. Das kriegst du eh noch bessere, ja, also. Die gegen sie zum normalen Standard-Dings, meine ich. Wow. Der wird noch besser, aber die nächsten noch. Die Upgrades, der wird noch besser. Erwischt. Erwischt, erwischt. 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 Ziß. Erwischt. Komm schon, komm schon vor wie ein Quake was wie ein Snapper Hallo Komm raus, komm raus, wo auch du bist schon so, was sonst noch also die beiden die ganze Zeit du ich auch Da musst du noch fahren und ich glaube, du kommst ganz weit uaaah ich bin sehr gut Yo Tief Das war's! Ich bin nicht mehr so. Ich bin nicht mehr so. Ich bin nicht mehr so. So, off geht's. Yeah! Oh, so's the phone. Yeah! Oh, yeah! Yeah! First one is activated. Awesome, you bass. What were these? 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 No, I'm on the right one. I was right next to you. I'm going to fly. What? What are these? What are these? Well, they're going to get away. See how is that? Well, this guy has got away. euer hat gefacke ja scheiße unsichbare war und die ist auch schön war es für statistik hier so ein scheiß drück so ein scheiß drück Ich bin so gut unterwegs. Was ist denn schon wieder für die Scheiße? Er explodiert und da fliegst du wieder runter? Alter, das ist eine F***-Mission. Ja, der hat sich in sich. Das ist ein Fuss-Scheiße. Ich kann nicht mal sehen, was g'scheit was. Schau, ich bin schon wieder eingefallen. Was explodiert die ganze Scheiße da, bitte? Was ist denn da mit einem Raketenwerfer, oder was ist das? Irgendwo, ja. Wo ist das ein Raketenwerfer? Ich muss da noch auf den Sniper auffassen. Stipe ist aber kein Problem. Du leck mich doch. Zum vierten Mal jetzt irgendwo auf einmal explodiert ist während der herumlaufen. Ich bin weg. Wo ist die? Ich bin bei der dritten Station. Äh, ja, und wir haben fünfmal Kampfmunkzeuge. Aber das sagt ja, hier nicht. Und tot. Alles war ein Headshot. Front of train in another five minutes. Und wir sind wieder explodiert was? Und was ist das? Bist du teppet das war also eigentlich? Ah, die Kanonen ist das dann ja auch. Die riesige? Oh, das war ein geiler Headshot wie der das gemacht hat oder bist du, pupsch. Fulls hat das wohl nur slow motionmäßig. Es war die riesige Kanonen vom Nachbar-Zug die ganze Zeit. Laut. So, jetzt müssen wir gegen einen Riesenakriten von Anfang an kämpfen. So, das schaut jetzt folgendermaßen aus. Die Kanone muss geladene, gekühlt und geschossen werden. Das heißt, du bleibst unten, du hast Kühlen in der Nose. Das heißt, du hast Kühlen in der Nose. Wie du ich will. Ganz einfach. So, was? Komm her. Wah, nicht. Scheiße. Nein, da komm ich nicht her. Fack. Kobalt, gut. Wo du das Kobalt hin? Da! Da bist du, geh her. Weiß ich nicht, da bist du. Das ist besser geworden. Ich bin immer am Anfang. Da geh her. So, da geh hin, durch die Tier. Geh durch die Tier. Geh durch die Tier. Kannst du laufen mal, oder? So. So, da tust du Kühlen. Das sind Dator da und Dator, wenn sie zum Rauch rauf haben. Das merkst du, das merkst du, wenn die blaue Linie zurückgeht. So, hier. Was Kühlen dann? Kühlen! Einfach nur, einfach nie geh im Kühlen. Geh drum. Genau. Derave wird funktioniert. Get if unberönlich ist neuerohnt! definitionisch ist догmad. ließ? Ich bin immer noch nichts zurück. Aua! Wer hier gut gesagt hat? Nein, wie sie weg war. Musik immer wieder? Wo ich es go Honkät sagte? Und ihr ist die Mission später zuolk... Derliner Erbruch. Geh. Robalar. Er Isso mal du auch hecker? Ich bin ein B Hohler. Was ist das denn so? Ah, sind wir mehrere von den Dingen oder was? Nur einer. Nur einer ist das. Zwei sind's. Eine ist... Eine ist gegenüber einer. Ja, das ist wurscht wirklich von beiden über uns. Achso, beide meinst. Achso, ja, das ist wurscht. Ich muss dabei ja eh verbringen oder die Zeit... Ich sehe immer richtigen. Ja, der blaue, der blaue Strich ist eh noch. Nein, dann muss ich anheben, wenn es fertig ist. Nein, du machst, du tust dann das. Ja, jetzt schieff ich verkühlen überhaupt. Nein, nur wenn der blaue Strich zurückgeht. Ja, meine, ja, da kann ich inzwischen was anderes... Ja, aber einmal schießt er jetzt, hilft ja auch, was? Darum geht's. Und wie kann ich da helfen beim Upfeuern? Gar nicht. Oh. Und wenn... wenns glaubst du Schoßnrechtsreaktes kurs mit Munition aufzubringen. Wohin? Aufwärts zu mir, ins Geschütz. Huh, jetzt wo ist Aufwärts, das ist ne gute Frage. Kann ich kühl nochmal, oder? Schauen wir mal um. Ist ja, ist ja eh sehr viel gekult jetzt. Weil ich muss nachlohnen, muss ich auch, weil die KI so viel zum Scheißen. So, ich bringe den Kobalt. Wo muss ich denn hinfahren, zurück? Na rauf, weil der Riesler von der Kanone schaut. Ah, da bist du. So, ich kann noch was geben? Nein, du willst das hinterlegen. Zum Lona. Du willst die anderen legen. Einfach hinlegen, oder wie du hin? Ja, einfach zu die anderen hinlegen. Wie du hinlegen? Einfach neu hinlegen. Wie du hinlegen? Y. Passt. Ich bin am Kühlen. Wo immer das ist. Fuss. Aber es ist ja noch immer nichts von oben rumgegangen. Ein bisschen rot ist ja schon weg. Nein, vom Blauen meine. Ja, das ist kühlendes, das ist ja der Rode. Nein, da geht auch nichts. So viel nix. Nur wenn er uns da rechts halt. Schau, das hat's halt erwischt. Jetzt noch langsam was weiter bis zu gedeppert. Ja, haben wir schon spannend, wenn du eine Missionen gehabt hast. Es ist mehr eine Mission zum Koordinieren, was? Der eine tut Base, der andere tut Base. Der eine langweilige Zeit, der andere tut irgendwas. Das ist das, was die Angelegenheit ist. Das ist die Angelegenheit. Die Angelegenheit ist die Angelegenheit. Ah, ich geh mal kühlen. Was ist denn Momokühlen? Hinten vorne? Unten Unten Was ist ein Devil or a? Keine Ahnung Das ist der Scheiss aufs andere Seite Ich brenn Und? Wow, da drin gehts um! Was ist der Wetter? Das ist der Wetter Oh PAM Fugues Deva Es ist das Wusich So... Ah, Gott! Oh Gott! Das ist so zu schießen, ne? Ja, das ist so zu schießen! Ja, das ist so zu schießen! Ah! Jetzt muss ich ihn nachladen! Wir bringen dir noch ein bisschen Cobalt! Jetzt kann ich oben schwenken, jetzt muss ich auch eine Wecke! Keckscher, aber was sind die anderen Soppen da rechts neben? Das ist verurscht, das hat dich nicht zu interessieren! Einfach da die beiden machen! Genau, ich muss mir mal an den Fahrrad an... Dann kann ich auch an Munition schaffen! Ah, ich muss den Fahrrad mal jetzt an schaffen! Irgendwie wird das Gelbe in der Mitte weniger! Nein, nein! Gibt's nix, das Gelb ist noch nicht! Was war das? Ein Schlag! Der Köln! Dann fahren sie die Eisbahn-Kanone ab! Wunderbar! Das ist Träger, der Kanone! Der Kanone lässt diese Träger steuern! Das ist Nix! Das ist Nix! Es ist Nix! Der Kanone lässt sich nicht mehr auf. Der Kanone lässt sich nicht mehr auf. Es ist Nix! Das ist Nix! Hehehe Oh ja, wo ist das Chassfiig? Das ist ein scheiß Fisch, da ist es. Mann, der Kanal ist so schwer völlig. Bis dem mal. Wie lange dauert das noch? Es dauert noch länger, der Kanal lässt sich so langsam dran. Kann ich eh das tun, damit das beschleunigt wird? Nein. Außer, dass ich wirklich krepier. Warum krepierst du noch? Wohl meine, die Malenergie immer weniger wird. Da ist eh ein Ding zum Aufladen, eben. Was für Dinge? Was für Dinge? Da, 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 das Wasser glüht. Was für Dinge? Wie geht das aufräumen, da? Einfach nur stehen bleiben. Ah, verstehen bleiben. Oh Gott, das Geschütz ist so... Zach! Mann, und der MPC ist mit einer Kostik zu tun. Der MPC ist so... MPC. Der MPC ist so... Der MPC ist so... Der MPC ist so... Sorg Kent. Able to enter, ne? Keine Dinge messen keine Menschen. Richtig. das ist so zaaach das soll nie sagen, ich weiß gar nicht was ich tun soll eigentlich nein, das ist nur Köln, aber ich kann... ja, aber was sie in der Mission tun soll nur Köln, den Rest mache ich schon, aber nur ein bisschen... ja, aber generelle Mission zu kommen das passt ja aber was tut nichts rechts rein und weh drücken ja, ich... ich... das Geschütz lasse... da, schierst... so, hab schon betroffen jetzt ah, mal! naja, das Geschütz ist so langsam und zart ach, du Scheiße das ist so zache, also das glaubst du noch da geht nichts weiter das soll nie so das lässt dich so langsam bewegen da muss ich aufs...